hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wo es nur nächstes von dem anderen und sie hat gar kein Null Holger muss ich nur mit funktioniert das Leben das ist ein falscher Studierende es ist keine dazu würden ich habe immer zwei umgestellt weil ich habe mal alles ausprobiert das falsche Technische Wächter eingefangen in der Köln sich machen ich hätte auf jeden Fall heute nicht sehen oder doch der Typ da war einfach einer war einfach eine richtig gute Küche ich dachte ich lässt du nix du Klaas nichts nein lüge nicht ich sneak nicht ich bitte auf irgendwas du sneakst ich sneak aber nicht ich glaube schon sonst würdest du es nicht so lange überleben so scheiße wäre ich jetzt auch nicht oder du hast extrem guten Staff nee kein von beiden ich habe extrem scheiß Staff aber ich sneak auch nicht ich laufe einfach weg vor der Nämme ich leere mal gegen dich kämpfen ich bin es ist fack 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 hatte ich habe ihn besser geht er da mehr viel besser sich nach der Welt ich sehe gar nicht das meine ich stelle es ist ein erler dann wird es noch die zu spektieren ich muss das jetzt mal machen tust nichts also ich denke nicht aber du kannst habe ich mir verdient okay zwei kommen ich würde es ist einer runtergesprungen andere ist aber jetzt sehr schön übrigens zur erklärung es gibt ja einige sachen das jetzt wenn er intro wird gerade gemacht banner und profilbild wahrscheinlich gerade gemacht bin ich mir noch nicht sicher ich habe es jetzt bei einigen über so viele leuten bestellt weil alle designer wenn ich es bestellt habe einfach nichts zurückgeschrieben haben ich habe es jetzt glaube ich war ich weiß nicht sicher zehn leuten geschrieben davon hat sich einer bis jetzt gemeldet mit dem rede ich dann wer hat sich gemeldet ich weiß jetzt nicht wie der heißt ich hoffe mal dass der kennt das macht und ja was gibt es noch zukünftig die projekte und zwei behinderte ein dummer die kommen abwechselnd jeden zwei mit dumm und ein behinderte kommt bei mir nicht neben mir abwechselnd habe ich dir gesagt ich muss jetzt fertig reden abwechselnd und zwar Sonntag aber halt immer abwechselnd also jede zweite woche woche und zwar jede zweite woche bei mir und sonst immer beim notizl hallo und jetzt herzlich willkommen hier bei der bestrafung sarah larrison und m i used to be so happy but without you here i feel so low i watched you as you left but i can never see you let you go of course once upon a time you wear my everything it's clear to see that time hasn't changed the thing it's buried deep inside me but i feel there is something you should know i will never forget you you will always be my side from the day that i met you anywhere will love you till day i die and i will never want much more and i and in my heart i will always be sure i will never forget you and you will always be by my side till the day i die so fast so fast so fast funny how we both end up here but everything seems so right i wonder what will happen if we went back and put on a fight of course once upon a time you wear my everything it's clear to see the time hasn't changed the thing so total wisposed do you think you will Ich will never forget you, you will always be my side From the day that I met you I knew that I will love you till the day I die And I will never want much more And in my heart I will always be sure I will never forget you and you will always be by my side Till the day I die, feeling it, loving it, everything that we do And all along I knew I had something special with you But sometimes you just gotta know that these things fall true But I'm still trying and can't hide my connection to you Till the day I die, 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 till the day I die Till the day I die, till the day I die I will never forget you Till the day I die So, jetzt sind wir fertig Ich hoffe es hat euch gefallen Lass dein Like da Und ein Abo Nein Bis zum Nichts Nee warte, jetzt mach mal so ihr alle laden jetzt einfach die Seite neu Damit ich mehr Views hab Bis zum nächsten Mal, ciao!